Du hattest wahrscheinlich seit Teil keine solchen Gefühle. Du setzt viel zu viel Hoffnung in deine Mitmenschen, Amy. Das ist ein Rezept, um verletzt zu werden. Vielleicht könnten wir die nächsten Schritte in Zukunft einfach zusammengehen. Ich habe Angst, dich zu enttäuschen. Ihr seid ein tolles Team. So etwas gibt es nicht allzu oft, hast du. Ich brauche hier auf jeden Fall deine Hilfe, Amy. Alles gut. Etwas Großes Teil zu Ehren zu hinterlassen, das war mein Traum. Und das hast du geschafft. Sieh dir das an. Sieh sie zu süß aus. Und mir wird bewusst, dass ich, egal wie sehr sich die Dinge auch ändern, hier zu Hause bin. Und das ist alles, was zählt. Wir sind Angst. Wir sind Angst. Wir sind Angst.